Hey Leute, willkommen zurück zu Dicey Dungeons. Was machen wir denn heute? Auf jeden Fall nehme ich diesmal nicht die Hexe, nein, darauf habe ich jetzt keine Lust. Das mit den zwei maximale Papier verlieren, wenn wir eine Stufe aufsteigen, muss ich jetzt auch nicht unbedingt haben. Ansonsten, was haben wir denn hier noch so? Ganz feindliche Ausrüstung nach einem Kampf behalten, das hört sich doch mal ganz interessant an. Dann nehmen wir doch mal ihn. Und gucken mal, wie das läuft. Jaja, das sollten wir auch alles, das ist auch alles kein Thema hier, bla bla bla. Gut, dann erstmal wieder Wolfswelpe, um dann noch eine Fähigkeit gleich zu bekommen. Am Anfang, also erst den ersten Gegner kalt machen und dann das Item abgreifen. So, maximal drei. Das ist halt... Das ist ja super geteilt jetzt. Ja, okay, gut, machen wir das so. Flinke Finger. Autsch. Das hat aber schon ganz schön wir getan. Jetzt nochmal anfangen direkt. War das denn nochmal? Nächste Ausrüstung erneut benutzen. Okay, dann... Okay, dann... Mhm, mhm, mhm... Überlege gerade. Ich würde fast sagen, wir machen das erstmal so. Und dann... Einmal so. Die vier packe ich dann hier nochmal rein. Vor allen Dingen mit dem Dieb ist das am Anfang auch immer so ein bisschen knifflig. Weil da wirklich der Schaden fehlt. So, das können wir nochmal teilen. Drei, zwei, das passt doch schon mal super an der Stelle. So, endlich hatte ich mal ein bisschen Glück. Gut, dann hoffe ich mal, wir kriegen hier was Gutes. Lederrüstung. Verringert Schaden um eins vor jedem Angriff. Bleibt das dann bestehen? Weil... Ja, das ist eine gute Frage. Das macht leider keinen Schaden. Das ist so ein bisschen das Problem. Müssen wir mal gucken. Ungerade. Wir teilen das erstmal. Was kriegen wir? Oh, das passt doch schon mal ganz gut. Dann machen wir das so und so. Und das packen wir dann da rein. Der Frosch hat nur neun Lebenspunkte. Das sollte auch kein großes Thema sein. Oh, da haben wir nur noch neun. Aber nach dem Frosch haben wir gleich wieder ein Level ab. Und das müsste doch dann halbwegs vernünftig laufen. Gut, ich hätte jetzt auch Haken benutzen können. Ich muss jetzt erstmal wieder reinkommen, was den Dieb angeht. Den habe ich jetzt auch schon ein bisschen nicht mehr gespielt. Das ist schon ne knappe Kiste hier. Aber das kriegen wir auf jeden Fall hin. Jawoll. Passt aber ganz genau. Level ab. Dann haben wir wieder volle Lebenspunkte. Kriegen extra Würfel. Und natürlich wieder mehr Lebenspunkte. Durch das Level ab. Und dann gehen wir mal auf die nächste Ebene. Du bist Level 2. Du bist Level 2. Ich glaube, den Pirat lässt sich erstmal links liegen. Und wir gehen den Zauberer an. Danach dann Schnupfi. Und dann gucken wir mal im Shop, ob es da etwas Interessantes gibt. Pirat machen wir dann zum Schluss, würde ich mal sagen. Gut. Teilen wir dich mal durch 2. Mit der 4 ist das gerade ein bisschen blöd. Aber wir können das ja erstmal so machen. Ach so ist das. Ach so. Ja, das habe ich gerade mit nächste Ausrüstung erneut benutzen. Also wenn Ausrüstung normal verschwindet, kann man sie in dem Fall dann nochmal benutzen. So war das. Ach so. Ich dachte gerade, das würde zweimal ausgeführt werden. Aber nein, das ist natürlich nicht der Fall. Gut. Das ist jetzt ein bisschen blöd mit dem Brennen an der Stelle. Aber wir gucken mal. Ah, eine 5. Warum denn eine 5? Das ist jetzt aber ein bisschen... Schon ein bisschen unschön. Machen wir das mal so. Bringt das überhaupt irgendwas? Ich bin gerade... Ich stehe gerade ein bisschen auf dem Schlauch mit Ausrüstungsteilen. Das sind doch alles Ausrüstungsteile, oder nicht? Und da noch 4 Gift. Wer hat noch über 20 Lebenspunkte? Ja, Houston. Houston, ich glaube, wir kriegen langsam ein Problem. Obwohl das ist hingegen gar nicht mal so blöd. Aber gegen Gift bringt das halt nichts. Also bringt uns der Haken momentan auch nichts. Das ist seine. Wir wollen Würfel gleich mehrmals teilen. Toll. 3 Einer. Das ist natürlich... Ziemlich. Machen wir mal das. Oh, das ist ja schon ein guter Start wieder. 5 Gift... Ja gut, jetzt sind wir tot. Da machst du nichts. Da guckst du nur. Ja. Da mache ich einfach an der Stelle nicht genug Schaden. Ja. Das war's dann. Das war jetzt aber echt ein bisschen bitter. Na gut, probieren wir das Ganze nochmal. Das ist halt das Problem, wenn ich mehrmals dieselbe Klasse spiele. Und dann nicht teilweise vergesse, wie manch andere funktioniert. Aber gut. Da muss ich jetzt halt durch ihr vielleicht nicht. Ihr könnt abschalten, wenn ihr wollt. Aber ich versuche es hier weiter. Schleimi. Schleimi darf erstmal dran glauben. Schleimi ist stark gegen Gift. Teilen wir dich mal. Ja gut, das brauchen wir hier im Prinzip auch nicht. Also, das ist doch wirklich ein bisschen schwierig mit dem Dieb am Anfang. Gut, das können wir durch zwei teilen. Dann passt das schon mal so. Da kommt am Anfang einfach zu wenig Schaden bei rum. Wenn man nicht gleich eine gute Fähigkeit bekommt, die Schaden macht, dann hat man richtig, richtig schweres Leben mit der Klasse. Wenn dann noch die ganzen Gegner hier mit Gift angerückt kommen, dann, ja, das ist jetzt nicht so dolle. Maximal drei, ja, ja, machen wir das mal. Gut. Wir sind aber schon ganz schön angeknackst. Taschendiebstahl ist jetzt auch nicht das, was ich gerne hätte. Irgendwas, was Schaden macht. Ich brauche keine Fähigkeit, die mir mehr Gold gibt, weil Gold gibt es genug in dem Spiel. Meiner Meinung nach. Ich würde mal sagen, wobei, ich könnte jetzt eigentlich den Haken benutzen. Dann benutze ich den Dietrich und dann benutze ich mit der vier nochmal den Dietrich. Gerade, ja, Gold. Gold ist Jacke wie Hose. So kann man das machen. Haha, ich lerne. Ja, ich bin lernfähig. Manchmal dauert es ein bisschen, aber irgendwann geht es auch bei mir vorwärts. Boah, das tut aber weh. So. Level up. Ey, wenn es das nicht geben würde, nach einem Level up, wird man komplett hochgeheilt. Ich glaube, da würde man in dem Spiel eigentlich nie durchkommen. Das wäre super, super, super frustrierend. So, Klebefinger ist mir egal. Schnupfi muss erstmal dran glauben, weil Schnupfi kann echt eine Menge Schaden auszahlen. Und wenn wir Schnupfi geschafft haben, dann kommen wir auch an die beiden Äpfel ran. Ich weiß jetzt auch noch gar nicht, wie ich mit den Episoden weitermachen soll. Ob ich überhaupt weitermachen soll, das ist die große Frage. Auch an euch. Wollt ihr davon mehr sehen? Wenn ja, dann schreibt mir einen Kommentar und gebt dem Video und bewertet das Video. Das, dann weiß ich auf jeden Fall, wo ich ran bin. Verdammt. Ähm, ja. Ich hätte jetzt den Haken benutzen können für die vier hier. Habe ich nicht, weil ich gerade von was anderem geredet habe. Das war natürlich jetzt nicht so praktisch. Na gut. Dann gucken wir doch mal. Das müsste doch auch. So, da haben wir eine Sechs. Das ist doch schon mal, ja gut. Das machen wir dann auf jeden Fall erstmal so. Vier. Nehmen wir hier die Fünf. Drei und Zwei. Das sieht doch schon mal gut aus. Wenn wir an der Stelle wieder mit der Vier nichts anfangen können. Mit dem Viererwürfel. Acht hat er noch. Oh, der hat eine Sechs bekommen. Oh, das wird jetzt auch wehtun. Vier. Acht. Ah, Zehn, Zwölf. Oh Mann. Das gibt es doch nicht. Aber wir haben wieder Haken. Den wir auch, glaube ich, jetzt schon brauchen. Teilen wir mal durch zwei und dann teilen wir die Fünfe noch mal durch zwei. Vielleicht, ja, es wäre besser gewesen. Ich hätte die vier genommen. Dann hätte ich auf jeden Fall noch einen Würfel mehr benutzen können. Ui, 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 ui. Ähm. Ja, das reicht doch schon. Wunderbar. Halbes Level wieder. Und jetzt können wir uns was aussuchen, was wir behalten können. Also, wir würfeln in Einsat-Teilen eher nicht. Das ist bei ihm natürlich ein bisschen blöd, weil da braucht man im Prinzip auf jeden Fall das und dann noch irgendwie sowas hier. Verstehen wir mal die Pike. So. Gut, Ausrüstung. Wie sieht das denn jetzt hier aus? Taschendiebstahl ist, ja, Pike kann. Können wir auch nicht viel mit anfangen. Ein bisschen blöd. Wir müssen auf jeden Fall gleich mal im Shop schauen. Dass wir da vielleicht noch irgendwas abgreifen können. Oh, das passt jetzt super mit den Einsen. Ja, dann machen wir das so. Den teilen wir. Oh, das ist auf jeden Fall auch schon mal ganz nett. Da kam doch schon mal ein bisschen Schaden bei rum. Das Gift kannst du behalten, ganz ehrlich. Für einen Haken reicht es leider nicht ganz. Und für den anderen Kram hier auch nicht so wirklich. Ach, das ist ja schon ein bisschen frustrierend. Ich probiere es einfach mal mit der 6. Boah, das ist... Mann, naja gut, machen wir das so. Und, ja, Münze von mir aus. Das bringt uns nur alles nichts. So, einmal die 5 teilen. Haben wir immer eine 1 mit rausbekommen. Wir packen mal dann da mit rein. Maximal 3 passt halt an der Stelle nicht. Mit der 4 können wir nichts anfangen. Das ist momentan wieder ziemlich doof. Ja, und mal wieder tot. Okay, das ist ja... Ich hatte jetzt zweimal einen richtig unglücklichen Start, meiner Meinung nach. Aber wir machen das Ganze jetzt noch mal. So, jetzt aber. Man muss am Anfang wirklich eine vernünftige Fähigkeit bekommen. Sonst ist man hier so geliefert. Selbst wenn man dann die 1. Ebene noch schafft, den 1. Level, dann hat man spätestens ab der 2. Ebene so richtig, richtig, richtig Probleme. Cool, das ist auf jeden Fall ganz nett. So, die können wir auf jeden Fall jetzt erledigen. Nehmen wir mal keine Fähigkeit mit, weil der hat uns schon so viel Schaden verpasst. Wie viel 2 1er? Das macht keinen Schaden. Diese Fähigkeit macht keinen Damage. Das ist nutzlos. Das ist echt nutzlos. Mann. Ja, und den ganzen Kram brauchen wir jetzt auch nicht. Ach, Damage, ja klar. Einmal so aus dem Handgelenk. Ich nehme jetzt hier einfach mal Haken. Und dann teilen wir das mal durch 2. Und das teilen wir dann auch durch 2. Und dann können wir dich schon erledigen. Das passt dann auch ganz genau. Okay. Extra Würfel immerhin. So, und jetzt. Baum-Nympfe. Und was machen wir? Ja, wir teilen auf jeden Fall hier die 4 durch 2. Und machen dann erstmal ein bisschen Damage. So, 7 Schadenspunkte für den Anfang ist gar nicht mal so schlecht. So. Teilen wir dich mal durch 2. Uh, Glück gehabt. Was das hier angeht, packe ich mal die 4 da mit rein. Gerade, dass man Ausrüstung übernehmen kann. Man braucht dafür halt genug Würfel auch. Und das ist am Anfang so schwierig. Ähm, teilen wir den mal. Okay, eine 4. Die packen wir da mal wieder mit rein. Mit dem hier machen wir erstmal wieder Damage. Wir haben irgendwie am Anfang hier alle Gift. Irgendwas stimmt doch hier nicht. Oh, 7 Gift. Ist klar. So. Wir nehmen auf jeden Fall eine Fähigkeit mit. Und machen dich dann platt. Dann gucken wir mal, was wir mitnehmen können. Gift Schleuder oder Venus Fliegenfalle. Das ist doch schon super hier. Venus Fliegenfalle nehme ich auf jeden Fall mit. Aber sowas von. Und die passt hier auch rein. Okay. Gut, dann haben wir jetzt endlich mal eine vernünftige Fähigkeit, mit der wir auch Damage machen können. Und im Idealfall halten wir uns damit auch noch ein bisschen. Das sieht doch schon mal wesentlich besser aus als das letzte Mal. Und wenn wir sogar zwei Sechser haben, dann können wir uns um vier heilen in Kombination mit Haken. Ist auf jeden Fall ganz nett. Brauchen wir den Dietrich ja fast gar nicht mehr. Obwohl, man kann das nur einmal benutzen. Es sei denn, man hat halt hier Haken. Gut, machen wir das erstmal so. Also ich glaube, die Episode könnte echt ein bisschen schwierig werden, weil man muss wirklich von den Gegnern auch wissen, was die für Fähigkeiten haben und welche davon am besten mit den eigenen kombinieren, die man schon hat. Oh Gott. Das sieht nicht gut aus. Teilen wir dich mal. Okay. Machen wir das mal so. Hat er noch vier? Eine Eins. Aber nur eine Eins. Okay, eine Sechs. Das wird auf jeden Fall nicht passen. Das passt nicht. Bei dir kann ich jetzt hier zum Beispiel nichts mitnehmen. Dann müssen wir das so machen. Aber Gott sei Dank wieder ein Level-Up. Giftnadel. Brechstange. Nein. Giftnadel. Wäre vielleicht was. Aber so überzeugt bin ich davon auch nicht. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier alles voll. Okay. Was gibt es denn hier Tolles? Verdoppelt einen Würfel. Das klingt ganz nett. Auf der anderen Seite. Ich glaube, die Fähigkeit ist fast besser als das andere, was wir hier haben. Ich glaube, ich nehme dann nämlich hier mal. Dolchbau halte ich erst mal noch. Aber Schlangenzauber brauchen wir nicht. Giftnadel ist jetzt auch eher nicht so toll. Machen wir das doch lieber so. Dolch, Dietrich, Venusfliegenfalle und Fälschung. Und dann probieren wir das mal aus. Mal schauen. So, das ist doch schon mal ganz nett. Machen wir das erst mal. So, können wir das nochmal benutzen. Wer jetzt... Okay, einmal hätte gereicht. Ich hätte wirklich die sechs hierfür benutzen sollen. Aber ist eigentlich egal. Wir haben hier volle Lebenspunkte. Von daher, was rede ich da? Gut, wir können die dreimal hier verdoppeln. Machen wir auf jeden Fall damit schon mal mehr Schaden. Den Zweigen können wir angreifen. Die Vierer packen wir dann hier erst mal rein. Venusfliegenfalle lasse ich erst mal außen vor. So, und jetzt. Verdoppeln ist vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Dann können wir den einen teilen. Sieht okay aus. Wie schaut das denn damit aus? Das war eine Eins. Alles klar. So, die Vier packe ich mal da rein. Dann haben wir das schon mal im Sack. Dann machen wir mit der sechs nochmal Damage. Mit der zwei und eins hier. Und dann können wir dich doch gleich rausnehmen. Würfel verdoppeln. Dann können wir die zwei verdoppeln. Ich kann mal teilen. Und wie ist es hiermit? Mal wieder eine Eins. Gut. Tintenklecks oder Kopfstoß. Wir brauchen beide so viel Platz. Na, das ist ein bisschen blöd. Kopfstoß gerade. Schaden. Zwei Brunnen verwenden. Aber man kann immerhin den Kopfstoß zweimal verwenden. Aber dadurch hätten wir dann keine Heilung mehr. Tintenklecks. Bin ich jetzt nicht so der Fan von. Ich nehme mal Kopfstoß mit. Aber ich werde den noch nicht ausrüsten. Wir gucken jetzt mal hier. Wollen wir davon noch irgendwo. Ja, wir haben leider nicht genug Gold. Aber Pflaster wäre vielleicht noch nett gewesen. Aber klingt jetzt nicht so toll, ehrlich gesagt. Marshmallow, Zauberin. Dann machen wir mal zuerst die Zauberinnen alle. So. Was das hier angeht, teilen wir mal die vier. Sechs benutzen wir mal für die Venusfliegenfalle. Dann hallen wir uns auch in zwei wieder hoch. Und die vier packen wir da rein. Die drei verdoppeln wir. Dann können wir nämlich nochmal drei Damage machen. So. Den können wir... Das ist ja... Teilen brauchen wir in dem Fall gar nicht. Wegen der Venusfliegenfalle. Ich würde eher sagen, wir verdoppeln wieder die drei. Machen das dann so und so genau. Mit ein bisschen Glück können wir sie im nächsten Zug erledigen. Oh, Feuer ist natürlich schon ein bisschen blöd. Hmm. Ich würde mal sagen, ich möchte dich verdoppeln. Ach, das hätte schon gereicht, verdammt. Ah, dann hätte ich jetzt noch zwei Lebenspunkte mehr gehabt. Aber was sind in dem Spiel schon zwei Lebenspunkte? Äh, ich sag's euch, gar nichts. Schmiede ist doch mal ganz nett. So. Dolch. Plus eins. Dietrich. Nee. Venusfliegenfalle. Bekommt man sogar drei Lebenspunkte wieder. Fälschung. Wird kleiner. Ist jetzt die Frage, Venusfliegenfalle verbessern oder die Fälschung? Ich würde fast sagen, wir nehmen die Fälschung, weil ein Lebenspunkt, das macht den Kohl auch nicht fett. So haben wir auf jeden Fall nochmal Platz für eine andere Fähigkeit. Zum Beispiel hier eine Giftnadel. Aber wir haben jetzt auch schon so viele Fähigkeiten, da bräuchten wir am besten noch einen Würfel für. So, da haben wir schon mal hier die sechs. Das sieht doch schon mal gut aus, Haken. Und wir teilen den einmal. Das sieht doch auch schon mal gut aus. Den einer packe ich mal hier rein. Sieht doch momentan recht okay aus mit dem, was wir hier haben. Frage ist jetzt nur, na gut, das war sowas, das war sowas. Den teilen wir dann mal. Drei verdoppeln wir und eins packen wir wieder da rein. Da muss man schon sehr genau im Voraus überlegen, welcher Reihenfolge man da die Würfel spielt. So, fünf. Ich möchte dich, glaube ich, mal teilen. Und das sieht doch schon mal gut aus. Die drei können wir dann auch wieder verdoppeln. Das reicht dann auch schon locker aus, aber wir können dann keine Fähigkeit vom Sauger mitnehmen. Aber momentan mache ich mir auch mehr Sorgen um meine Lebenspunkte. Level up. So, wie schaut das denn hier aus? Maximal zwei. Fünf Runde verwenden, damit können wir halt nichts anfangen. Aber beim Dolch ist das gar nicht mal so schlecht. Das könnte man auch nehmen. Also ich glaube, das würde sich mehr lohnen beim Dolch, als hier die Venusfliegenfalle. Ja, das machen wir dann auch. Gut, dann ist der Marshmallow noch fällig. Okay. So, einmal haken, einmal teilen. Eine vier, das ist jetzt nicht so toll. Ja, das ist schon besser, aber auch mehr okay. So, die vier nehmen wir mal dafür. Ich hätte die drei verdoppeln sollen. Ja, ich... Das war jetzt ein bisschen falsch. Aber das macht trotzdem ganz gut Schaden. Vor allen Dingen, dieses Würfelverdoppeln ist so stark, wenn man auch selbst noch nicht so viele Würfel hat. Wir haben ja jetzt schon ein paar mehr. Ähm, drei. Und ich habe wieder gepennt, aber das reicht. Von daher, nichts falsch gemacht. Das hat ja funktioniert. 25 Lebenspunkte. Das sieht doch bisher echt ganz gut aus. So, mit dem Zweigling, Zweigling sollten wir auch fertig werden. Schwach gegen Feuer, was mir jetzt an der Stelle nicht allzu viel bringt. Gut, teilen wir dich mal. Eine vier, das ist natürlich nicht so toll. Gut. Dann verdoppeln wir dich mal. Im Prinzip... Ne, so ist Giftnadel eigentlich schon richtig überflüssig. Weil wir machen dann auf jeden Fall... Bisher die Einer habe ich ja hier reingepackt. Weil generell ist solch jetzt besser als Giftnadel. Es sei denn, ich hätte noch irgendwas, womit ich das Gift verdoppeln kann. Zwei Sechser. Okay, das sieht doch schon mal ganz hin. Das ist doch hier auf jeden Fall zaken. Einmal Venusfliegenfalle. Nochmal Venusfliegenfalle. Und... Den Würfel können wir dann mal... Teilen, würde ich sagen. Ich glaube, ich nehme zu selten Fähigkeiten mit. Vom Gegner. Aber dafür brauche ich dann halt auch die Würfel. Und wenn ich die nicht benutze, um Schaden zu machen... Dann bekomme ich im Endeffekt mehr Damage. Das ist halt auch immer so eine Frage. Hm. So, ich... Ja, komm, dich teilen wir mal. Ich verdoppeln wir dann. Und dann packe ich die zwei Fähre jetzt einfach mal hier rein. So viel hat er ja jetzt nicht mehr. Und was den Rest angeht... Hier da rein. Das da rein. Das da rein. Und... Dann passt das auch schon. Stab, nochmal eine Venusfliegenfalle. Noch zwei Venusfliegenfallen. Nee, also... Ja, Stab mit acht ist jetzt nicht so praktisch. Ich glaube, ich schnappe mir hier nochmal eine Venusfliegenfalle, die ich da jetzt aber noch nicht benutzen werde. Oh, das ist ein bisschen blöd jetzt hier mit dem Gefäß und der Krake. Bei dem Kraken. Ich... Gehe jetzt erstmal das Gefäß an und gucke mal, wie es läuft. Je nachdem, wie viele Lebenspunkte wir dann haben. Lasse ich den Kraken vielleicht aus. Mal gucken. Wir können das so machen. Dann können wir dich hier einmal teilen. Ja, vier. Ah, schon wieder eine vier und eins. Das gibt es doch nicht. Gut. Dich können wir dann mal verdoppeln. Machen wir das schon mal so und den einen Vierer packt ich da rein. Den anderen noch da. Ja, das sollten wir hinkriegen, ohne dass er das Gift hier verdoppeln kann. Das liegt doch im Bereich des Machbaren. Gut. Dann teilen wir dich mal durch zwei. Das war jetzt ein bisschen blöd. Dich verdoppeln wir dann mal. Die vier. Na, gucken wir mal. Das haut auf jeden Fall schon gut rein. Machen wir dich schon platt? Das ist die große Frage. Nee, nee. Ich gucke lieber. Obwohl, du hast auch nur Gift oder Gift verdoppeln. Von daher. Ach, das war ein Fehler, glaube ich. Und er kann es jetzt sogar verdoppeln. Schade. Das hat doch jetzt echt doch mal weh getan. Und fürs Level-Up reicht es halt noch nicht. Pest auch. Das ist beides. Ja, Giftwolke ist besser als Giftnadel. Auf jeden Fall. Aber ansonsten, das war es jetzt echt nicht wert. Und den Kraken können wir jetzt auch nicht bekämpfen, weil wir dafür haben wir zu wenig Lebenspunkte. Hier können wir auf jeden Fall... Ah, das ist ein fauler Apfel. Okay. Hm. Banshee ist da noch. Sieht ja jetzt nicht so toll aus gerade. Aber der hier kann unsere Lebenspunkte halbieren. Deswegen ist das vielleicht gar nicht mal... ...so blöd. Wenn wir ein bisschen weniger Lebenspunkte haben, weil da verlieren wir auch weniger. Ähm... Ja, auf jeden Fall machen wir das erst mal so. Dann machen wir das einmal so. Dicht teilen wir einmal. Und das war jetzt ein bisschen blöd. Na gut. Hm, hm, hm. Würfel verdoppeln, halbieren. Ich glaube, dich teilen wir mal durch zwei... Es wäre besser, wenn ich wirklich den Vierer teilen würde. Dann wäre ich immer auf der sicheren Seite. Aber ich mache es nicht, weil ich mir denke... Hey, es kann doch nicht jedes Mal eine Vier und eine Eins dabei rauskommen. Aber es kommt scheinbar immer eine Vier und eine Eins dabei raus. Nein, ich reg mich nicht auf. Das täuscht. Ähm. So. Machen wir das. Ähm, und dann... Ja. Nicht verdoppeln wir. Jetzt ein bisschen suboptimal. Weil Lebenspunkte halbieren wäre natürlich auch super, wenn wir die Fähigkeit von dem Apfel hier kriegen könnten. Hm, hm, hm. Dann machen wir das. Ja, wie machen wir das jetzt? Ähm, ich verdoppel dich mal. Okay, dann machen wir das so. Und... Das reicht dann auch auf jeden Fall schon. Wunderbar. Level up. Aber ich befürchte, auf Level 6 zu werden, wir es nicht mehr schaffen. So. Kernfeule ist auf jeden Fall sehr nett. Belohnung können wir noch wählen. Hauptschlüssel, Bügelsäge oder Ausrüstung verbessern. Ich glaube, dann will ich lieber irgendwas verbessern. Die Frage ist nur, was? Das wären dann immer drei. Du kannst nicht verbessert werden bei dir. Gucken wir mal in meinen Rucksack. Wie ist das denn hiermit? Reduziert die Gesundheit auf ein Drittel? Ja. Das machen wir auf jeden Fall. Und dann... Ähm... Ich glaube, dann müssen wir den Dietrich wirklich rauswerfen. Und damit wir die Kernvolle reinpacken. Können, sollten, wie auch immer. Probieren wir das einfach mal so. Was haben wir denn hier noch? Wir haben acht Goldmünzen. Gift verdoppeln. Hier können wir uns heilen. Der ist schon mal ganz nett. Gift verdoppeln kann ich jetzt nicht mit anfangen. Stab ist jetzt auch nicht unbedingt so mein Fall. Ähm... Du bist Level 5, du bist Level voll. Ich glaube, wir probieren es erst mal bei der Banshee hier. So. Das ist doch schon mal ganz nett. Dann würde ich doch erst mal vorschlagen, wir... Verdoppeln hier die 6. Und... Pack die schon mal da rein. Dann brauchen wir dann noch eine 4 für... Machen wir das mal so. Ah, das ist schon... Das ist auf jeden Fall recht heftig. Vor allen Dingen, wenn wir das dank Haken vielleicht mehrmals oder zweimal machen können. Aber gut, dafür haben wir nie genug Würfel. Aber das wäre auch schon ein bisschen... Kleinen Ticken zu stark. Ein kleines bisschen. Okay. Gut, Würfel können wir verdoppeln. Würde fast sagen. Wir machen das jetzt einfach mal... Mit dem normalen Schaden hier. Verfluchen, das ist natürlich auch... Wunderbar. Gut. Gucken wir mal, ob ich jetzt verflucht werde. Natürlich. Ach, Mann. Das Spiel gönnt mir auch gar nichts. Aber mal so richtig nichts, nichts. So, was... Ah, gucke ich hier nochmal. Hier konnten wir uns ja genau heilen. Und Pest auch... Ja, das sind wirklich Sachen... Kann man nicht so gebrauchen. Auf jeden Fall... Ich kann hier nochmal den Schnee... Ich glaube, ich gehe zuerst mal den Schneemann an. Der ist noch Level 4. Der sollte ein bisschen umgänglicher sein. Um es mal so zu formulieren. Okay. Dann... Ja, nehmen wir mal hier Haken. Verdoppeln wir das. Und... Können wir die 6 noch mal verdoppeln? Warum nicht? Wir haben es doch. So, 6 da rein. 6 da rein. Und dann noch eine 4. Mit der 5 können wir da jetzt leider nichts anfangen. Aber was momentan schon ganz gut passt, was die Fähigkeiten betrifft. Wir können auf jeden Fall alle Würfel benutzen. Das ist schon mal super. So, wir können... Wir können... Was können wir denn? Wir können... Ich würde mal sagen, wir verdoppeln dich. Dann machen wir das einmal so. Oh, dann hat er noch 5. Ausrüstungsteil. Will ich bei dir ein Ausrüstungsteil... ...verhalten? Ich glaube nicht. Mach dich einfach nur wegen der XP platt. Aber auf der anderen Seite... Ich habe ja schon die Erfahrung gemacht, das wird einfach nicht reichen. Bis Level 6 jetzt, wo wir die Krake übergangen haben. Sozusagen. Hier habe ich schon alle verbessert. Ja gut, dann können wir halt... ...die noch verbessern. Warum nicht? Und was den Rest hier angeht... ...machen wir das mal so. So. Dieb gegen Ayufe. Oh nein. Oh nee, da macht die wieder so viel Schaden. Ja. Und wir sind auch Level 5 und nicht Level 6. Da ist jetzt wieder von abhängig, was die für Würfel bekommt. Gleich am Anfang. Sonst macht die uns sofort platt. Oder nahezu Insta. Insta platt. Gut. Flinke Finger brauchen wir auf keinen Fall. Hier... Ich glaube, ich möchte Weg 10, 13... Das würde sogar schon reichen. Ja, dann pumpen wir hier erstmal alle Würfel rein. Das ist so stark. Das ist so stark. Dieses ein Drittel... Ähm... 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 Was machen wir? Ja, ich würde fast sagen... Machen wir das einmal so... Und dann nochmal so... Und dann... So... Und jetzt... Geht's dir... An deinen Kragen. Aber leider hattest du ein bisschen Rüstung. 10. Boah, das ist 14 Damage. Mal eben so. Und jetzt hat's auch noch 10 Schild. Ähm... Das mit dem Schild ist auf jeden Fall schon heftig. Aber sowas von... Ähm... Gut. Die Würfel sind jetzt ziemlich blöd. Aber okay. Ähm... Ja. Haken. Machen wir... Was machen wir denn? Ich würde mal sagen... Die Frage ist halt auch einfach an der Stelle... Ja gut. Das Drittel bezieht sich dann immer auf die... Die Lebenspunkte, die sie noch hat. Die der Gegner noch hat. Deswegen... Ist das jetzt nicht so praktisch. Die können wir nochmal verdoppeln. Dann nehmen wir mal die 5 dafür. Die 2 kommt auf jeden Fall da mit rein. Und das... Reicht! Ja... Jawoll! Geht doch! Ja, das war total toll. Gib mir den Totenkopf. Das war doch echt. Das hat aber... Wie ich gesagt hab, am Anfang hat das gut gepasst mit den Fähigkeiten. Das war ein bisschen glücklich, aber das ist halt bei dem Spiel so. Man hängt halt ziemlich am Glück. Und wenn man Pech hat, hat man Pech. Errungenschaft freigeschaltet. Linke Finger. Das ist doch mal ganz nett. So! Hätten wir jetzt endlich mal die nächste Episode geschafft. Nach über 30 Videos. Und da kommen noch so viele. Und das ist halt auch meine Frage an euch gewesen. Wollt ihr wirklich noch mehr Videos davon sehen, wie ich das spiele? Oder sagt er jetzt langsam mal, ist ja sowieso immer dasselbe? Schreibt mir doch mal einen Kommentar. Das würde mich auf jeden Fall interessieren. Ich bin mir da nämlich echt ein bisschen unsicher. Wie im ganzen Let's Play bisher. Gut, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Das war es erstmal wieder von mir. Und bis bald!